Hallo Leute, ich bin's, euer Leon. Heute mache ich wieder einen neuen Server. Ja, also wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt meine neue Base. Also die ist viel besser als die andere. So mal mit nem Zaubertisch, obwohl am Spawn ein Zaubertisch ist. Ja, das ist hier Beamer. Der ist in meiner Gilde. Also wenn ihr auch drauf kommen wollt, dann könnt ihr mich ja auch fragen. Ich bin Block 07. Ob ihr auch in meiner Gilde wollt. Ja, also es gibt noch Ränge. Einen YouTuber-Rang. Da müsst ihr, so wie ich, richtig viele LED-Servers machen. Also LED-Server machen. Und dann kriegt ihr den und könnt ihr... Also ich weiß noch nicht, ob ich dann Fly aktiviert ist. Weil ich bin ja jetzt zum Beispiel... Ja, ich bin ja jetzt hier zum Beispiel nur Premium. Das seht ihr hier. Ein super Premiumes Beamer. Ich freue mich jetzt. Wir haben das in einem Quartal gefunden. Und den Energon getötet. Für ein Level. Ja, ich sammle das manchmal immer ein hier. Ähm, die Sachen zum Beispiel. Ja, ähm, also Beamer ist super cool. Ähm, obwohl der ganze Server ist cool. Ähm, also 5 Euro kostet der Premium-Rang. Ähm, 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 der Super-Premium-Rang kostet 10 Euro. Und der YouTuber-Rang, wisst ihr ja schon, müsst ihr Videos machen, so wie ich. Ähm, ja, dann gibt's noch den Stammspieler. Da müsst ihr ungefähr jede Sekunde fast on sein. Also sehr oft on sein, die ganze Zeit fast. Ähm, ja, das ist halt sehr schwer. Man kann nur ein Rang sein. Also man kann jetzt nicht, äh, zum Beispiel Super-Premium sein, YouTuber-Rang, Premium, ähm, äh, Stammspieler, äh, ja. Also das geht nicht. Ja, also hier haben wir das, äh, ja, Nether-Portal. Ähm, hier ist unsere Gilden-Pvp-Arena. Der hab ich, also ich hab alles hier gebaut. Ähm, nur, ich hab, äh, ich hab, äh, ähm, Marvin und Zorn und Droh. Also Marvin Glavita ist ja auch bei uns. Und der hat mir ein bisschen geholfen. Der ist auch in unserer Gilde. Da seht ihr hier, Gilden-Pvp. Und hier kommt noch was rein. Das verrate ich nicht. Wir haben hier, äh, hier kommt die Endertruhe hin. Hier ist der Zaubertisch. Hier ist ein Spender, ähm, Pfeile drin, dass sie dann sterben. Ähm, dann kriegen wir diese. Also, die Sachen könnt ihr nicht kriegen. Von der anderen, also wenn ihr stirbt, und dann habt ihr die Sachen noch. Also, ähm, euer Inventar ist gelockt. Weil ich, ich sag mal kurz, ähm, ähm, ohne Fly, also dass, ähm, dass er nicht fliehen kann, sonst wär das ein bisschen unfair. Ähm, ich will den, ich will euch jetzt mal was zeigen. Ähm, also ich find den Server richtig cool. Der guckt, der kann fliegen. Ja, ich kann das nicht mehr. So, los geht's. Also, ich nehm... So, das ist mein Lieblingsschwert, äh... Haha. Der kommt aber gleich wieder hochgeflogen. Guckt, wie ihr sehen könnt, hab ich nur den Kopf von dem Beamer gekriegt. Mehr hab ich nicht gekriegt. Die Sachen hat... Er selber... Ah, das... Que- Der ist cool. Hier ist die PvP-Arena. Keine... Ah, was ist da dazu? Ah, beide! Und... Oh, Mist. Was denn jetzt los? Also, ja, ähm, bei mir leckt das ein bisschen. Also, ähm, manchmal geht das bei mir nicht. Ey, ich hab jetzt nochmal... Ah, gut. Also, hier drin, äh, haben wir gesagt... Ja, die wollen, äh, 1-1 machen. Und wir so... Ey, ich kann die Tue nicht öffnen. Kann ich die hier öffnen? Der leckt! Hä, wer hier? Ah, das hat voll gelangt. So, also, hier sind die ganzen Bücher von uns. Effizienz, Effizienz, ähm... Ah, ja, hier, ähm... Sind hier noch Informationen drin? Ja, ähm... Ich werd jetzt... Also, heute kommen noch mehr Videos raus. Also, sehr viele. Ich weiß auch nicht, wie viele. Es werden viele sein. Und, ähm, ja... Also, ich werd noch ein Video machen, äh, wie ihr den Skin ändern könnt. Ne? Ja. Da ist jemand. Und... Ja. Also, hier... Ich sag's euch doch, ähm... Hier wird... Also, wie ihr sehen könnt, äh, kann man ja einfach reingehen und einen 3s schon schlagen. Und, äh, dann kann man... äh, dann mach ich hier... 4. 4. Knapp wir hin. Ähm, wo man dann... Also... Wo man dann drücken kann. Team 1, Team 2, Team 3, Team 4. Und man kann nicht, wenn... 2 Teams 1 sind und, äh, nur einer Team 2. Das geht nicht. Dann müssen schon alle Teams fertig sein. Ne? Und, ähm... Ah. Ich... Zeige euch noch mal ein bisschen. Spawn. Das ist auch... Ja. Ähm... Das ist auch hier lustig. Äh, cool. Man wird in 15 Sekunden teleportiert. Nicht sofort. Äh... Ich leck gerade... Okay. Ähm... Also, ich... Das ist der Spawn. Hier könnt ihr Sachen kaufen. Oder verkaufen. Also, hier könnt ihr eine Endertruhe kaufen. Und einen Braustand. Wenn er... Also, wenn er ein B... Also... Wenn er ein B... B steht, Dann könnt ihr es kaufen. Dann könnt ihr es kaufen. Und wenn da ein... S steht, dann könnt ihr es verkaufen. Hier seht ihr... Oh, das ist mal... Sehr... Dumm. Also, das würde ich nicht machen. Müsste sehr wissen. Hier könnt ihr es verkaufen. Kann man eigentlich kaufen. Ne. Also, guck. Hier kann man kaufen. Jetzt hab ich eine Endertruhe. So. So. Ihr könnt auch einen Home setzen. Ihr müsst... Also... Schreiben. Also, ich hab das ja jetzt auf T gespeichert. Wie ihr das habt. Ähm... Leck. So. Müsst ihr... Slash. Set. Home machen. Und dann einfach... Ähm... Dann könnt ihr... Dann könnt ihr einfach... Ähm... Eingeben. Slash. Und dann seid ihr... Bei euer Home. Ja. Also, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also... Ich weiß jetzt nicht, was das hier soll. Das war ich nicht. Aber... Ich hab Spaß. Da könnt ihr nochmal sehen, dass das... Guckt. Tut. Und ich hab meine Sachen wieder. Tada. Und... So. Also... Ihr... Könnt einfach auch sagen, zum Beispiel... Könnt ich ein Stack Fackeln haben, zum... Max... Max... 2, 2, 2, also das ist ja hier der Admin. Ähhh... Hat der kann nicht geschrieben? Mal gucken ob er on ist. Ja, da seht ihr... Max... 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7. Zwei, 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 Zwei. Ähm, ja. Ähm, der andere Admin ist Markiboy. 999. Ähm, da könnt ihr auch fragen, ob ihr das kriegt. Aber ihr könnt jetzt nicht so dreist sein und zum Beispiel fragen, gib mir mal einen Stack Dias oder Diamanten. Das dürft ihr nicht. Das müsst ihr selber erfahren. Außer ihr holt euch zum Beispiel Fuck, äh, ja, ja. Äh, wie heißt das? Ja, ihr holt euch Premium oder Super Premium. Dann geben die euch so was manchmal. Aber ich kann euch das nicht versprechen, ne? Ja, das war's auch schon und Tschüss.